In Schwarzau am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen hat sich heute ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Betonmischwagen ereignet. Der Lenker ist dabei ums Leben gekommen. Der 23-jährige Steirer war in einer Kurve unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Betonmischwagen ist dabei umgestürzt, der Lenker wurde eingeklemmt. Er muss aus dem Wrack geborgen werden. Der 23-Jährige ist noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Eine Untersuchung des Betonmischwagens soll Klarheit über die Unfallursache bringen.